Herzlich Willkommen zurück zu eurem Let's Play Black Ops 3 Multiplayer, mit ihr. Uts, utts, 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 ah, utts, utts. Ach, der Cubby ist auch wieder am Spielen. Den hat das Spiel richtig gefickt, glaube ich. Ja, erst für Witcher 3 und dann jetzt das und dann, was kommt er als nächstes? Star Wars, äh, Starcraft, gehe ich von aus. Okay. Was wir ja auch eigentlich noch spielen wollten, aber... ähm, wieder ein bisschen reinfinden irgendwie dann, wenn wir spielen wollten. Ja, da müssen wir... Da hab ich auch mal wieder Bock drauf, Alter. Hat irgendwie echt Lohne gemacht. Bock? Oh, sorry. Zu viele Spieler eigentlich. Bock hab ich da auch mega drauf, aber du musst ja das Add-on kaufen, um weiterhin so die Liga mitspielen zu können und so. Also du hast, wenn du das Add-on nicht hast, kannst du nicht mal irgendwie online spielen oder was? Doch, kannst du schon, aber dann hast du Nachteile gegenüber den anderen. Voll tot, Alter. Warum? So viel Battlefield gespielt, glaube ich. Alles hier so umgeboten jetzt wieder. Battlefield ist auch scheiße. Ich mag Battlefield gar nicht mehr. Alter. Ach, fuck, Alter. Erstmal wieder ein bisschen reinkommen, Leute, ne? Hier. Leu, hat er uns Drei weg gemacht, Junge. Ja. GZ, Alter. Aber jetzt richtig GZ. Au. Ja, und die lassen jetzt immer eine Mine fallen, die Wichser. Mama, ich sterbe, ich muss eine Mine noch fallen lassen. Ich hab ja noch so eine Battle-Axt hier, ne? Chronischer Werbung, du. Ja, hast du ja immer im Stream gemacht. Ja. Ja, ey, kämpft doch noch mehr. Tot. Aha. Ich will wieder Just Cause 3 spielen. Ja. Das hat so viel... Müssen wir heute angucken, was das genau ist, Alter. Vielleicht ist das ja auch was für mich. Klar ist das was für dich, weil das besser ist wie Battlefield. Äh, wie, äh, GTA. Das nenne ich oben. Also ist alles oben, Alter. Ist alles oben, Alter. Komplett, du kannst überall hinfliegen. Auf jeden Sackgesicht. Alter, Leute, ich komme gerade nicht klar auf das Spiel. Sorry für diese Kackrunde. Sage ich jetzt schon mal. Aber das ist jetzt nach dem Stream, dass erstmal wieder... ...dass wir das Spiel anfassen. Oh, Alter. Was hat der an, Mann? 400. 1.600 DPI. Granatenabendflug. Ja. Alter, ich hab 1.7, Jan. Ich hab 4.5. Alter, was für ne Grottennummer. Richtig schlecht. Richtig fett. Oder das Kollege tot. Wie er es war. Ich hab nen Kill gemacht. Er wirft die Granate genau so, dass man sofort trifft und ich sofort tot. Um die Ecke, durch den Tunnel. Jawohl, Multi-Kill. Naja, jetzt haben wir zwei Kills jetzt mal gemacht. Los, meine scheiß Axt. Ich will die aufheben. Ja, hab sie. Nein! Fast mit ne... ...mit der Axt hier ein Böcker. Ei, 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 ei. Kriegsmaschine-Bahn. Warum ist meine fucking Maus so schnell? Feindliche Schwebeladung im Operationsgebiet. Jetzt mal ganz ehrlich, meine Maus ist fucking schnell. Okay. Vollstreiker geschafft. Gleich erst mal umstellen, wenn wir mit der Runde fertig sind. Alter, der hat mich erschrocken. Ah, fuck, man. Alter. Meine Maus ist viel zu schnell, Alter. Ich krieg echt gleich nen Rappel hier. Oh, ich bin so schlecht. Machen wir mal so. Immer noch viel zu schnell. Liff, die scheiß Axt. Oh, Mann. Oh, ist das schön. Oh, heiliger Dethlef, ist das... Ja, der hat mich bock, nur weg. Ja. Artillerie-Batterie erledigt. Äh, du treff ich nix. Raus renn, du Dethlef, Alter. Dethlef, die Saus. Naja, ich hab wenig so ne positive K... Ne, sorry, Leute, aber... Echt nicht? Hast du nicht mehr geschafft? Nein. Ach, Janni, Alter. Was machst du denn? Keine Ahnung. Alter, so geht das mit dir aber nicht mehr. Wieder Battlefield spielen. Wie geht, Alter. Battlefield ist so scheiße. Naja, wir sagen damit vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.